Ah, okay, okay. Was? Ich hab'n Sombrero. Schön. Pullman City, Pullman City, make me happy and so pretty. Pullman City, Pullman City. Pullman City, make me happy and so pretty. Bitte auf zu singen. Sofort. Wieso? Ja, ihr müsst mehr Pullman Whisky trinken, dann wird's auch gut. Ich hab'n Pümpel bekommen. Nürtemberger. Nürtemberger Harden. Hardenberger Nürtemberger Hürdenhaden. Alter, ich krieg'n Nürtemberger Harden, du. Ich hab'n guck'n. Nürtemberger Harden. Nürtemberg. 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 Ich glaub'n Sie was Gutes. Nürtemberg. Schäm's nicht für mich. Was wollen eigentlich so viele Leute mit deinen Seelen von anderen Leuten? Weil ich so eine treue Seele bin. Ja, aber was macht man mit einer Seele? Was tut man damit? Spazieren gehen, witten, schaukeln, sich ausordnen müssen, Autorennen. Wie ein Haustier halten. Wie ein Haustier halten. Was? Das war so klar. Das war so klar, dass das nicht klappt, ey. Ja, und sie eiert da gemütlich rein, ey. Fah. Schmarr. Triften, ey. Fah, fah, fah. Ja! Biffi! Manchmal habe ich ja auch so einen hellen Moment. Gut, das war's für heute. Du hast doch keine hellen Momente. Ja doch, das war's aber schon für heute. Ah, fast drin. Ja, ja, ja! Nein! Nein! M! Ah! 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 B! C! D! C! 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 Sio, geil, auch geschafft. Ich warte, bis du jetzt drin bist. Ich habe keine Lötzen mehr. Oh, er ist wieder unser Spartaner. Habe ich jetzt etwas? Yo, ich bin Spastiat. Das stimmt. Das hast du gesagt. Das weiß er aber auch. Warum haben wir heute beide unsere Bräder in den Lach ausgepackt? Ein einfacher Kurs gerade. Ja, fast schon zu einfach. Ich suche noch den Haken. Den Haken? R? Ja, es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Ich meine, wir liegen hier alle ziemlich wie... Ich schlage nicht als erstes. Ich überlege gerade. Wie er da wieder erwartet, dass er angestimst wird. Aha. Und alle dran vorbei. Genau, alle dran vorbei. Ames Frisches. Das ist doch ein... Oh nein. Aber mindestens. Aber warte, das ist glaube ich so ein Fake-Loch. Wer ist das ein Fake-Loch? Ne, das ist richtig. Leider. Ich habe Angst. Bäm. Bäm. Wo ist Frisches? Das Frisches ist da hinten. Äh, vom Fass. Ja, sehr schön, Frisches. Sauber. Heiß. Nein. Das war kling... 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 Das Frisches um die... Äh, um den letzten Platz gerade. Fällt mir gerade so auf. Echt? Ja. Oder am dritten Platz. So. Booyah. Ne, U-ja. Äh, Booyah. Okay. Ja, das kann man schaffen. Kann man schaffen. Scheiße. Digi. Du kleine, schwarzes Ekel. Was? Was habe ich da gemacht? Du hast mich in der Luft weggeklickt, ey. Ja, guck mal. Ich stehe hier vor diesem... Ja. Schönen Loch. Karma. Frische, du und ich sind, äh... Auf Gleichstand. Genau. Gleichstand, wo ich gesagt habe. Ich darf mir nichts mehr erlauben. Nein, ich darf mir nichts mehr erlauben. Ne, sonst wird das nichts. Ja, nicht ganz. Oh, der Spartaner ist vor mir. Da muss ich aufpassen, ey. Ja, pass dann bloß auf. Ja. Oh, da ist Amos Liebesfall. Ach, komm schon. Was für ein Ding? Das ist ein Pfeil. Hinterm Baum. Am Ziel. Oh, wie schön. Am Endloch. Ja, ich segne. Ich segne aber auch. Was in der Liste? Was hast du für Sprüche drauf, ey? So. Jetzt bin ich auch hier. Ich wusste gar nicht, dass man zum Anus auch Endloch sagen kann. Niemand sagte das. Doch. Nein. Nein. Niemand hat von... Du schlechter Komödiant, du. Herrlich. Die meisten lachen drüber. Wie er das gesagt hat. Wer ist die meisten? Ich würde die gerne kennenlernen. Digi. Komm, schau, komm, schau. Ich... Ach, komm. Ich weiß nicht. Humortechnisch bin ich sehr einfach gestrickt. Das ist richtig, ja. Ich auch. Also, aber hey, komm. Man muss ja nicht alles... Humorvolle Menschen leben ja auch glücklicher. Das ist absolut korrekt. Ich muss bezweifeln. So, auch drinne. Hä, Eidaria, du gehst ja zum Lachen in den Keller. Was hatte ich vorhin mit Nürnbergern gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Äh. Äh. Ja. Hier. So, Holden 2. Eagle, whatever. Äh, was hatte ich denn gesagt, ey? Da... Nee, da hast du einen harten Nürnberg... Nee, eben sowas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich sag mal 5 Minuten. Ich glaube, das hat 3 Minuten zu. Das hat nicht mal 5 Minuten gelauert. Und der war so gut. Das war mein Bester. Äh, ja. Ja. Eidi, was machst du da? Sie ist ja gleich drinne. Gleichstand mit mir. Jetzt ist sie dritte. Oder? Nee, Zweider mit mir. Zweider, genau. Also, ihr seid beide auf der gleichen... Ihr seid gleich auf. Äh. Oh. Respekt. Wer das selber macht? Nee. Ja, 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 wie, 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 ey. Toll, Scheiße. Ach, komm. Uh. Uh. Jetzt auch drinne. Au, mal. Siehst du, wie ich das glaube, das... Das gefällt mir nicht. Bist du noch da? Wer wird's? Wie warst du denn 24 Schläge? Weil ich's kann. Was stimmt bei dir nicht? LP, bist du noch da? Glaubst du. Oh, wir haben LP verloren. Digi, willst du zu? Genau. Ja, komm. Hallo? Ja, hallo? Äh. Wie ist das? Ich finde das echt unheimlich, wenn sie nichts sagt. Du gehst ja nach Hause. Ich will wetten, dass sie gleich sagt, ich kann Toten... Egal, nur in der Hose, ey. Ich kann tote Menschen sehen. Wetten, dass sie das gleich sagt. Ja, das wissen wir ja, dass sie das kann. Ja, aber sag das ja auch an. Ich sag mal wieder was, das ist echt nicht schön, ey. Vielleicht macht ihr den Stimmverzehrer an. Das wäre noch gruseliger. Ja gut, dann mute ich mich auch gleich. Dann kümmt dann gleich auch nichts mehr an. Ist jetzt beleidigt oder was? Wer, ich? Nein, sie. Da kennt ihr sie aber schlecht. Oh, scheiße. Ja, ich weiß, sie ist nicht beleidigt, aber sie... Das ist Mobbing. Sie mobbt uns einfach. Das ist das alles. Ich weiß, wie sie da unten sitzt und sich kaputt lacht. Über uns. Scheiße. Ach komm, das ist doch mies. Ey, hörst mal auf, mich hier anzubumsen, ey. Hör mal auf zu lachen. Echt mal. What? Scheiße, nein. Nein, 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 nein. Das versorgt mir jetzt alles hier. Das versorgt mir alles. Ja, nein, nein, nein. Krieg dich ab. Ja, nein, nein. Ich meine, letzter wirst du definitiv nicht mehr. Das wäre, die Rolle kommt mir zugute. Ey, das muss unbedingt bei YouTube hochgeladen werden, hier. Und das Video? Also, das ist jetzt hier? Jo. So, oder? Heidaria ist jetzt auch gleich drin. Thumbs up, du. So, bist du auch mal im Haus. Kommt! Kommt! Ey, das ist jetzt hier! Wie sie krampft, versucht, das durchzuziehen, ne? Oh nein. Und ich wette frisches Fört, sie dauert sie da unten, wie sie da sitzt. Ich höre gar nichts. Warum sollte Eidaria hi-hi-hi-hi-hi-hi machen? Warum nicht? Ihr kennt sie? Also, Kari erkennt sie gut, habe ich das Gefühl. Ja, aber sie ist ein Mädel, aber sie ist keine... Oh, ich bin auch mal eine... ...Bettante. Doch, sie ist eine Kichererze. Ja, aber nicht so. Natürlich. Okay, das ist jetzt... Interessant. Ja, hallo, wer hat mich da schon wieder angebumst? Ich will das... Achso, du darfst das. Ja, aber ich habe dich gut hingelegt, musst du schon sagen, ey. Ja, fand ich auch geil. Aber erst meckern. Ja. Immer noch um Golf oder... Okay, Leute, auf jetzt. Jetzt treibt sie ihr Mobbing auf die Spitze, indem sie sich nicht bewegt. Naja, also mir soll es recht sein. Ja, ich kann leider nicht ins Team gucken. Ich schon. Ich warte, ich kann auch. Fällt mir da so ein. Und? Wie sieht sie gerade aus? Fröhlich oder eher nicht so? Nee, wie der Teufel in Person. Ja. Das ist ja Standard, das weiß ich. Das war ja nicht meine Frage. Sie lächelt auf jeden Fall hier und da mal ein bisschen. Nein! Eigene Blödheit. Okay. Kann man so behindert sein, ey? Yes. Äh? Nein, nein. Ach, das gibt es doch nicht hier. Das ist mal ein großes... Oh, ein riesiger Baumstamm. Nein! Jawollo. So, einmal... Und wirst du testen? Nein! Warte mal. So, yes ever. Und ich bin drin. Komm schon, Frisches. Mach mich, mach uns stolz. Das ist Spaten. Nein! Wahnsinn! Das ist Spaten. Alter, da kriegst du auch nur einen Hardenberger. Aber mindestens. Oh mein Gott. Huch, Aldaria steht da noch. Ja, sie wartet. Sie macht irgendwelche... Gratis. Ah, okay. Komm schon, Aldaria ist das letzte Loch. Ich weiß gerade genau, was in ihr vorgeht. Ich denke, ich bin jetzt... Ihr Trottel. Oh! Bist du noch nicht mehr los? Da haben wir dich ja wieder. Mensch, ich dachte schon, ich müsste den Notarzt anrufen. Ist ja schon klar, dass die Zeit da oben begrenzt ist, ne? Also, ich... Ja, ich weiß. Ja, ach so. Ach so. Erstmal gegen das... Erstmal gegen das Scheunentor. Und auf das Rollen. Das habe ich auch geschafft. Genau das habe ich auch geschafft. Genau das Gleiche. Geil. Geil-O-Mat, Alter. Richtig Nürten-Hadenberger, ey. Ja, Loma, 3000. Oh, das ist mies. Das ist... Das ist okay. Das ist wirklich mies. Und jetzt mit Schmackes. Genau so. Und da ist sie auch schon kurz vor dem Loch. So, meine Damen und Herren. Es wird immer spannender. Sie liegt jetzt vor dem Loch. Und sie macht und sie macht und sie schießt. Und sie ist vorbei am Loch. Und jetzt kommt der Nachschuss. Nachschuss, der Nachschuss, der Nachschuss, drin. Drin. Eine Aria ist Weltmeister. 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 Was? Noch eine, noch ein Loch und dann... Ach, das war es schon. Ich bin nur drittes. Nee, zweites. Ich bin drittes. Lieber, du bist drittes. Ja, weil ihr beide gleich auf seid. Yes! Ich bin nicht letzter. Ich bin letzter, aber ich bin nicht... Warum hört man das denn nicht? Ich habe einen Platz bekommen. Du bist das Letzte, aber du bist nicht letzter. Warum hört man das nicht? Du bist hier auch. Du bist beides. Ich habe Bronze bekommen. So, darauf will ich hinaus. Also was ich fragen wollte, ist, ob wir noch einen kurzen... Diggi, du bist Erster. Ja, das ist er. Geilomat, ne? Glückwunsch, Alter. Dein erstes Mal Gold? Ja, für dieses Jahr schon. Das war es dann aber auch. 222 geht es dann weiter. Entschuldigung, Sio, ja. Was ich fragen wollte, ist... Genau, erzähl. Und dann machen wir Widget, oder? Mega? Sag was. Kommt auch an. Also Diggi, frisches Will, macht ja auch mit bei Widgets. Nicht so gern, aber wir können es machen. Aber wir können auch Skrill zu viel zocken. Ist auch cool. Jau! Jau, das ist gut. Okay, machen wir. Aber müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen. Hast du Skrillit? Also wir können ja... Da kann ich meine Zeichenkrize wieder spielen lassen. Ja, es heißt Skrillit. Und wir können ja... Wirst du? Was? Hast du das? Ja, habe ich. Ah, super. Wir können ja... Das ist nicht verstanden. Wir können ja auch jetzt eine Runde Golfit spielen, dann Skrillit und danach Widget. Yo! Lass mich raten, sie hätte dich auch genötigt, Skrillit zu lachen. Ich habe niemanden genötigt. Ich habe das freiwillig gemacht. Ach, du bist ja doch noch da. Ich wusste noch, irgendwie kann ich dich außer Reserve locken. Wie sie gleich wieder... Wie sie gleich wieder reagiert, die kleine Maus. Oh. Ich glaube, wenn das, was ich probiere, nicht funktioniert. Na, habe ich gemerkt. Was probierst du denn gerade? Ein Stimmverzerrer. Aber den hören wir nur im Stream. Ich wusste es. Irgendwas für den Stimmverzerrer. Ich glaube, das sollte nur, wenn er ins Stream geht. Tü, 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 tü. Wie so im Wintermap, wie ich es hier höre. Oh, stinkt das hier, ey. Die hat schon wieder geforzt. Gib zu, dass was ich so... Irgendwie... so options ganz einfach aus machen das wäre gemein nein 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 das mache ich nicht mache ich das aus ich habe gerade den spinnenhut gesehen aber nein 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 okay jetzt ist es wieder normal ich habe es gleich ich bin breit ich auch das weiß ich auch breit aber 100 so nächste runde nächstes glück der ego wieder eine winter map ach du scheiße das ist einfach genug alles gut hat funktioniert frisches käse auf dem kopf ich liebe diese ja klar ich glaube ich habe auch käse im kopf ich bin ich glaube ich weiß dass wir haben dieselbe idee ist das kalt muss ich mal kurz einmal in die mikrohäle stellen ich glaube du musst da links liegen nach rechts das sind die guten oder ofen kässe oder offen ich bin offen für alles ja nicht nicht für alles aber für vieles also ich zumindest das sieht scheiße aus das werde ich wahrscheinlich total vergang ja ich sage ich wollte verkacken ich bin drüben wir alle nein nicht werde ja schließ mich ruhig wieder aus du bist immer noch erstes ja und du bist immer noch frisches jetzt aber so noch vier risk and reward heißt die map im übrigen okay nein ja oh gott hat er gerade noch gerettet da warst du ja und da hin ah ok das würde man nicht tun ja das war auch ein bisschen zu heftig ach ist hier schon das wird jetzt wieder war das richtige für mich ja genau spaßig juhu bin drin es ist ein paar komm schon ja 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 naja gut naja gut gut verlassen das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr oh ne das ist nicht wahr so toll am Arschmann Penner Ligi was denn nicht zu weit ja ich 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 äh ich äh ich äh wollte auch eigentlich gar nicht dann bleiben wir denn alle ja ja hui so 14,15,16,24 okay das sieht interessant aus oh okay wir wollen mal gucken was ob wir hier irgendwas reißen können ja ne ist klar ey Gordi ja toll ich schaff's natürlich nicht in die Ringe nein rausgehüpft rausgehüpft ha oh da bin ich ja einfach oh er ist hoch genau noch bist du erster genau ja toll guck mal wie ich hier gelanget bin ja 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 äh shadowblade danke für das tollo vielen lieben dank oh jetzt bin ich erster ne er ist erster und herzlich willkommen bei den sappfoten äh oh man ey wer ist dazu gekommen äh shadowblade ah blade blade ist geil das schatten die 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 schatten blutduschen blutduschen es gibt nur eine band namens blutduschen hui hui nein verhungert hui hui nein wieder verhungert mit drei schlägen eingelocht ich hab einen gebraucht ach du warst schon drinnen er ist woanders rein ach so na dann er hat's geschieden er ist einfach wieder mal in ein anderes Loch und fairerweise ich fand's gut ich fand's gut so ich halte einfach mal springen aus dann geht das nicht mehr ey Loch stimmt du hast es mal gesagt bei einer map darf ich das mal machen ohla ich bin rausgefallen wir sind alle rausgefallen yay wir sind alle durchgefallen nein sehr schön nein was ey ich hab noch gar nicht geschlagen ganz wer hat geschlagen wir sollten das vielleicht sonst ein bisschen mehr gut es kriegt erstmal keiner wer wird zuerst alter ja dann schlagt euch alter nein welches ihr sollt nach vorne und nicht nach hinten schlagen ich hab doch gar nichts gemacht okay macht mal haut mal erstmal frei jetzt ja du als erstes muss Diggi ja du musst als erstes jetzt ein ja ich weiß das ich bin aus irgendwelchen gründen schon drin ja ich weiß nicht genau wie es geschafft nein ich auch ich auch du auch ich auch hast du es geschafft nein ich bin auch rausgefallen die hat es gleich geschafft hä warte mal ab hier rüber es ist eine Herausforderung jetzt du hast oh nein er hat sie ja ich hab's auch geschafft huu welch Herausforderung nein ja so ist es so ist echt so huu nein oh nein frisches was hast du denn da oh wie ist das passiert frisches ich hab äh geschlagen ich hab geschlagen ja aber wie why sehr okay frisches und äh Diggi sind äh Gleichstand mhm ne das das gefällt mir aber das gefällt mir aber oh oh das ist mal ein gemeines Loch ich weiß das gar nicht ne das ist gar nicht das Loch sorry wir müssen in die Ringe ja ne ist klar du scheiße okay Peter ja du und hast mich schon verstanden fuck fuck na wo hast du in welches Loch hast du fälschlicherweise wieder reingetroffen ne ich hab in die richtigen in die Ringe ja geschafft fricking birdie oh mein ich bin in die Ring gefrisse ey klar plötzlich landet man da hinten wieder wenn man rausfliegt ganz toll nein 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 war das knapp 2 cm Meter so Diggi ich glaub du und ich werden auf jeden Fall ne ich sag mal das wirst du das darf ich du machen was also ja doch also wir haben muss das Rennen machen ne ne ich glaub ne wir sind jetzt auf Gleichstadt wollte ich sagen oder ist das ein enges Rennen mal wieder and down we go ja klar ich komm wieder in das Ringe na toll na toll wo bin ich denn hier gelandet achso ey pick ihr das nicht mal auf an mich anzustoßen ey für den letzten konnte ich nichts nein für den letzten konnte ich nichts da bin ich nicht so ungewollt na ja wir sind hm wir haben gerade alle Gleichstand noch ach das ist echt so funny ey nein bleib stehen also Diggi nicht mehr Diggi ist oben Diggi ist am Ende ja ich werd's gar nicht hören Diggi du bist letzter ok zählt es noch gib mal alles du grüne neune ok ich seh nur was das ist oder ich vermute es oh ach du kacke ach du kacke ach du kacke da müssen wir aber nicht hin da müsst ihr gar nicht hin da müsst ihr gar nicht hin ihr seid da ja komplett falsch ihr müsst euch da nur runterfallen lassen ach ja ja ich seh ich seh ich seh ich seh ich seh irgendwie will das Karte bei mir klappt sie ja nicht also bei mir hat's geklappt ich bin drin ich hab Gleichstand komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon oh wo muss man denn hier hin ach da oh erste und ich und Diggi haben auch wieder Gleichstand ja so zweitundvierzig und zwei da ist was ein enges Ding oh nein oh nein oh oh da ist ja zu wenig oh scheiße bist du da richtig ok ich bin drin ich bin drin ja ja ihr müsst deine Mitte von dem Ding ja ja wieder mal viel zu weit ja toll das cool ist ja gut ich will ja eben jetzt also ich habe ja nicht mehr zu voll hier also von daher Nein, nein, nein Reus Roi 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 Rollen Role Rollen 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 Nein, nein, nein aus Biggimon ab was ein Ding im Jong jetzt aber so aber ich habe das noch gut getroffen ja ich dachte nur so nein nein ich habe nämlich ordentlich zielwasser getrunken heute denkt nicht zu viel arbeiten sehr anständig hallo lass den mann in ruhe sehr anständig kann ich eigentlich bei hdau auch mitspielen dafür bin ich dann zu unterlevelt wahrscheinlich dafür bist du ein bisschen zu weit unterlevelt ja ich habe da auch keine ahnung von irgendwas könnte wieso man das denn machen ich habe gar nicht klar das sieht interessant aus oh ich bin jetzt ein punkt hinter dir dann für eine kacke ok jetzt habe ich es auch hier hoch aufgestafft finally och komm schon und jetzt will ich wieder hin wo ist frutus ach hier hoch auch noch ach komm schon und er war gut naja also vom gut ist das ja wohl weit entfernt ich mein doch nicht ich meine sie ach so ja sie ist cool den weißen sie den weißen ok der weiße wie geil ist sie wirft doch einfach den ring ins feuer mensch ich habe keinen regen das ist feuer den gandalf der arme gandalf hat nichts getan also ich habe außer dass er nicht die aber ja aber nicht oh nein ok ja das bringt schon mal nichts ihr solltet nicht in die in die spot portal da fliegen es gibt halt mehrere das ist das problem nein 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 ah ja ah ok ok ich habe es nicht verstanden wo müssen wir hin ich glaube ich selber noch nicht bin ich hier richtig oder was das klappt alles klar wo ich rein bin in das rechte in das recht und dann da und dann da hoch ja genau ah ok ah ist dann mal viel drüber bist du glitschig glitschig aber so ein bisschen glitschig ist doch ok ja ein bisschen besser als trocken ja das stimmt komm schon nein nein man kann in deinem man kann in deinem ding springen oh Gott war das peinlich scheiß die wand an ey ja bitte nicht dann muss das hier einer sauber machen ich habe ja letztes erst hier alles gestrichen da das kann ich ja auch nicht mal am besten anton da ach oh Sio das ist aber nicht deine map mhm du bist letzter mit großem abstand mhm also wenn jemand sagt klingt das es ist nie gut da sollte man da nicht weiter drauf rumreiten ne deswegen das ist ja auch gar nicht schön so letzter zu sein aber das liegt auch an der map weil das nicht seine ist ist so ja auch wo hin Woah ihr jetzt heißt es hier, Golfer oder Roller Coaster oh oh komm schon Khole ja 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 NACH никогда NEIN NEIN RENNER ich hab's auch nicht geschafft was sagst du ne Kacke das ist ne Skischanze bitte jetzt, bitte jetzt was soll ich denn hier oben die Aussicht genießt krieg doch Bock ey Hall in one genau wie die Bitter ja bitte geschafft ja komm, hallo ich hab auch drei gebraucht ich bin nur zwei, glaube ich fünfzehntes Loch, meine Damen und Herren und es gibt wieder ein Looping wer war das? ich nicht ich stehe hier noch keine Ahnung man darf seinen Glenden ja, da brauchen wir ein richtig schmackes für nein, 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 nein nein, nein, nein nein ne, jetzt schimpf ich mich jetzt eine Hand oh Gott, bloß da rein okay, ich zieh schon da bei euch mach du Bogen 3 geil das ist immer noch ein Punkt vor mir gut, ne? dadurch, dass wir uns berührt haben haben wir das geschafft, glaube ich berühr dich doch so gern Schätzchen Schwein was? ja, wegen dem ne, ist ich doch der Ernst du rutschst doch einfach so rein ja und was ist mit Diggi? Diggi hat keine Lust mehr ne, du wärst festgebackt ne, ne eben kurz mal ab und was ja, jetzt, okay ich dachte, du wärst festgebackt ne, 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 ne ne, ne ne, ne 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 halt ich doch nicht Helmut na, okay ich zieh schon was oh, das ist gemein ich versteh es okay das ist nicht drauf da muss ich auf jeden Fall wieder meine Schlägergeschwindigkeit etwas höher machen nein, nein, nein oh, nö nein das war ja auch scheiße fuck kleiner Schimmelkäse, du ui okay, das war zu schlag na, 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 na nein uuh na, 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 na nein nein, nein uuh so das könnte klappen das hat geklappt wie so ein Edelschimmel ich hab so einen kleinen Edelschimmel auf mir drauf richtig schön blauen Edelschimmel ist eigentlich was für Mäuse wer was für dich, Heidi hör auf mich, Heidi zu nennen okay Frau LP ich wollte gerade sagen so viel Zeit muss es sein Frau LP Frau LP Heidi LP alles gut, Einer Kätzchen, komm, Fass was was ist mit Hass ich kann ich kann Mensch wie du kannst das nicht das kann nur ich Sch ja, ich glaube die wächse zeit he 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 oh, ich bin ja den bekommt das nicht warum nicht weil ich dann immer so heftige blähungen kriege die habe ich auch so weil er so schlechte laune kriegt wenn er es nicht ist das stimmt das sieht mal okay ich verstehe viele okay ja es ist eine mauer zwischen wo muss man denn hin was sollst du seid ihr alle da vorne da hinten so jetzt auch drin ist er noch ein loch ja das muss ich auch unbedingt ich habe so ein druck jetzt nicht mehr ich bin nur noch erster ganz knapp okay ich sehe schon die idee ach komm schon scheiße wo denn ach da okay nicht in das loch scheiße ach scheiße lecken jetzt mal so ein ich habe gewonnen kein schlechter gewinner taco gut das kann er nicht wer was was ja noch gar nichts gesagt wieso eigentlich digi sorry also jetzt jetzt dings ne war richtig naja naja digi digi hat ja auch mal ein coolchen ne ja 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 ja